Hallo, ich bin Hanna, ich bin Hundetrainerin und Hundefachjournalistin und ich erzähle euch heute was zum Thema Hundeerziehung. Ich versuche jetzt mal was zu zeigen, was ein häufiges Problem in der Hundeerziehung ist, ein generelles, was sich dann auf viele einzelne Erziehungsfragen niederschlägt. Nämlich die Tatsache, dass Hunde in erster Linie körpersprachlich kommunizieren und Menschen eben digital, das heißt sie sprechen. Häufig kommt es dann zu Missverständnissen zwischen Hund und Mensch, weil der Hund achtet in erster Linie auf die Körpersprache. Und der Mensch spricht und meint, der Hund müsste ihn verstehen. Ein Beispiel ist zum Beispiel das Rückrufen, das heißt man ist mit seinem Hund draußen, der schnuppert, spielt, ist mit anderen Hunden beschäftigt und man will gehen und ruft ihn. Dann kommt er nicht beim ersten, beim zweiten, wenn er spätestens beim dritten nicht kommt, wird man angespannt, wird ärgerlich, ist sauer, ärgert sich über den Hund und wird von der Körperhaltung angespannt. Das heißt man verkrampft sich, man wird steif, man beugt sich vielleicht vor und bemüht sich aber mit der Stimme freundlich zu klingen. Wundert sich dann, warum der Hund entweder gar nicht kommt oder quasi auf den Brustwarzen angeschlichen kommt. Hängt damit zusammen, der Hund wertet nicht das, was ich ausspreche, sondern was ich körpersprachlich aussende. Ich versuche das jetzt mal mit Donna zu demonstrieren, das heißt ich werde sie einmal ranrufen und wenn sie nicht beim ersten Mal kommt, werde ich angespannt, werde ihr entgegen gehen unter Umständen und man wird hoffentlich sehen, dass Donna einfach ein Demutsverhalten zeigt. Das heißt sie klappt die Ohren ab, macht sich klein, um mir eindeutig zu zeigen, ich komme ja schon, tu mir nichts, ich akzeptiere ja, dass du hier Boss bist. Und dann werde ich es anders demonstrieren. Donna! Donna! Hey! Komm hierher jetzt! Sofort! So, das war jetzt sicherlich ein bisschen überspitzt, aber man hat ganz eindeutig gesehen, der Hund duckt sich ab, macht sich klein und das schon da vorne. Um mir zu zeigen, bitte sei nicht mehr böse, tu nichts, ich komme ja schon. Aber auch wenn ich rufen würde, Donna komm her und würde hier so stehen, dann würde sie genau das gleiche Verhalten zeigen, weil sie merkt, das was ich sage, ist nicht das, was ich körpersprachlich ausdrücke. Und jetzt versuchen wir das Ganze nochmal auf die körpersprachlich klare und in Anführungsstrichen nette Art. Donna! Donna! Brrrr! Donna Schnee! Hi! Gut! Jetzt haben wir gesehen, Donna ist gekommen, freudig, kein Stück geduckt und völlig entspannt. Aus dem einfachen Grund, ich habe ihr körpersprachlich gezeigt, dass auch ich mich freue, locker und entspannt bin. Und so hat Donna auf mich reagiert. So soll's sein. 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 Vielen Dank.